Boah, ich habe legit bis vor fünf Minuten den ganzen Tag lang, Alter, ich habe heute, ich habe heute Arbeit für drei Tage innerhalb von einem Tag erledigt, like, holy fuck. Hallo Leute, ich gehe jetzt direkt in den Teamspeak. Ich komme heute überhaupt nicht zum Reden, weil ich grenzenlos meinen Zeitplan ausgereizt habe. Hallo. Ey, na? Ey. Brücki hat eine Ansage gemacht für uns. Aha, ich höre. Ne, also, du warst schon sehr produktiv, aber ich würde dich trotzdem immer gerne Arbeiten schicken. Ja. Und zwar auf die Botline. Auf welcher Seite? Mit wem wäre das auch so eine wichtige Frage, oder nicht? Du spielst immer Luna Botline. Okay. Ey, ey, hey, probiere ich gar nicht auch supporten, wenn du willst, also wenn du guter ADC bist. Ne, ich bin definitiv kein guter ADC. Dann meinen Bein leiten. Ey, ich bin eine tolle Miss Fortune, ja, ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Ja, deswegen habe ich nicht er gesagt, sondern deswegen, ach, keine Ahnung, eigentlich bin ich nur, eigentlich bin es einfach nur ich. Ich bin halt überall aus dem Jungle einfach nur verloren. Genau, das will ich gerne mal sehen. Ich möchte dich einmal hilflos und schwach sehen. Ich, also, naja, hilflos und schwach bin ich, ich bin halt drittbeste Seraphine auf dem Server, ne? Ist ja nicht Challenger, ja, ist auch Challenger Seraphine. Ja, mein Seraphine-Account ist 612-LP-Tallenger. Mhm. Das kannst du auch nachgucken, wenn du bei mir im Chat Ausrufezeichen EO eingibst und da gibt es auch sehr viele Beweise für. Chat! Oh, Mann. Ich habe jetzt einmal einen Wunsch, ich möchte einmal Mango komplett überfordert sehen und danach fill ich den Rest des, äh, den Rest der Games. Also, um mich überfordert zu sehen, muss man mich auf der Farmrolle sehen, aber gut. Ich kann halt, ich kann legit nicht farmen, ich kann legit nicht farmen in League of Legends. Ich habe in diesem Spiel über 2000 Stunden, aber ich kann nicht farmen. Oh, Junge, und dann auch BlindFix Support, nice. Du gehst davon aus, dass mir das Matchup in irgendeiner Art und Weise Angst einjagen würde, ist ja komplett egal, weil ich endlich weiß, was passiert da unten. Es ist halt so schön, ich habe keine Ahnung von Lane-Matchups, wie man Lanes spielt, ich habe keine Ahnung, wie man farbt. Ich bin einfach bei Jungle und wenn mich jemand flamet, liegt der falsch und Ende der Diskussion. Ich hatte eine, ein Spinat, wie heißt denn das? Spinat-Käse-Snack. Ende. Das war's. Ich habe mir heute Chili con carne gemacht. Ich kriege von Chili con carne nicht. Ja, wie war's? Ich muss echt daran arbeiten, erst zu denken und dann zu sprechen, das ist ganz schrecklich. Immerhin denkst du jetzt schon mal drüber nach, das ist ein Fortschritt. Ist ja einfach sehr ehrlich, ne? Ja, aber mit Chili con carne, ich habe einmal so eine Fertig Chili con carne gegessen und dann war das so, habe ich mal einen Darngriffe davon bekommen. Das habe ich schon mal erzählt, ich habe ein Déjà-vu. Gut, wer Fertig Chili con carne ist, ist aber halt auch einfach selbst schuld, weil das ist halt wirklich eins der ersten, was man mit Abstand am einfachsten machen kann, was immer geil schmeckt. Ja, die ist so warm, aber wenn ich das jetzt hier anmache, dann fliegen euch die Ohren weg. Schöne Windgeräusche, geil. Ich ihre mit Q und ich sterben sollte, flamet mich hart. Okay. Und warum genau gehst du allein darüber? Können wir dich jetzt flamen, oder? Mäh. Mäh. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich mache hier ein Konzert, du verarmst, ne? Ja, okay, okay. Also meins hier ist es hier nicht zu enden. Warum ist er hier? Oh, das war fast gut. Das war fast gut, die machen wir übrigens. Lol. Okay, jetzt haben wir es raus. Ich weiß nicht, was die sich gedacht haben. Och man, die Stream-Snipe, ne, die Brainsnipen. Die wissen genau, wann ich meine Fähigkeit benutzen will. Ich kann nicht farmen. Warum bin ich so schlecht im Farmen? Ja, die Brainsnipen halt echt hart. Das ist richtig unfair. Äh, soll ich helfen? Ne, ich hab dir das jetzt zum Griff. Hä? Und jetzt? Wenn ich die gerootet kriege, ist die halt instant tot, ne? Also die können wir da selbst unter dem Tower, können wir die einfach verschwinden lassen. Okay, scheiße. Na gut, dann gehen wir jetzt back. Ey, ich kann echt nicht harm. Oh mein Gott. Ach komm, mach's jetzt, mach's mir aber ein bisschen zu einfach. Ey, Mango, ich bin around. Ja, ich hab auch Blubuff. Ich mach hier 24-7, alles kaputt, was geht. Dann hab ich eigentlich einen Blubuff bekommen. Warum ist der schon wieder weg? Um ADC, der den von Brücke macht. Ah, stimmt. Okay, die wollen mich, hallo. Äh, oh. Der sieht das direkt ausnutzen, Alter. Das haben wir davon. Krass, ne? Den können wir machen, können wir machen. Ich bin einfach ein heißer Typ. Let's go. Ich hab nicht den weg. Ich hab die Seite in meinem Leben noch nie angepasst, aber es hat einen Sinn. Damit du unter den Tower fährst und sterben die Minions. Mango, nächste Runde wird einmal für dich, ne? Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, unsere Botlin ist bei euch übrigens. Ja, äh. Ach, ich glaub ich hier raus. Welche Form von raus jetzt so? Alter, 4 oder nur aus dem Fight? Äh. So nervig, der Champion, oder? Schon. Immer wenn ich die spiele, spiel ich ohne Ton. Jetzt, jetzt bin ich verlockt, alles aus ihrer Voicelines auszumachen. SoundFX ist das, ne? So entstehen, man muss YouTube hier aus. Ungefähr. Ne, das ist das Falsche. Jetzt höre ich sie nicht reden, aber jetzt höre ich, wie die Autotext fliegen. Das ist nicht der Plan. Voiceline, genau. Junge. Das ist jetzt schon so dumm. Es ist so kritisch still einfach. Wer ist still? Das Spiel ist für mich so kritisch still. Ja, 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 ja. Und schwer rein, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ist super in die Hände, man. Ich bin drittbeste Seraphine auf dem Server. Du solltest überfordert sein, was tust du? Das drittbeste Seraphine auf dem Server war kein Witz. Ich bin auch dabei, hallo. Habt ihr meine Ult gesehen? Ey, Megaplay. War richtig nice. Ich hab R gebrückt. Ich will auch anerkennung. Ja gut, lassen wir das wieder. So, wer möchte als nächstes hier, hm? Ich hab jetzt Gale Force für aggressive... Mhm. Old Cancels und ähnliche. Oh mein Gott. Ähm. Das ist ein bisschen schade. Ich wollte unbedingt aggressiv warden und dafür wurde ich bestraft. Ha, ha, ha. Das ist ein richtig... Das ist ein richtig schönes Beispiel. Ich seh da wieder richtig schön, warum ich kein Cain spiele. Cain bringt so wenig Spaß, wenn man nicht erhärt ist. Aber ich bin erhärt. Du stehst 5-4. Du bist basically... Du hast basically gefeatet. Okay. Ja. Keine Ahnung. Cain muss man halt so 7 einstehen und dann wird's erst balanced. Also... Das kommt schon noch rein. Nach Master Yi Standards zumindest. Ah, ich geh wieder. Ja, Mann. Oh fuck. Ich brauch Hilfe. Ich brauch irgendwas noch. Ja, ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Äh, Ult? Ult? Irgendwas? Hallo? Ich hab keine Ult leider. Ja, deswegen hab ich gesagt, ich hab keine Ulti. Sie kommt nicht weg. Sie kommt weg. Sie kommt nicht weg. Siehste? Sorry. Ich hab immer noch ne Ulti. Ich hab immer noch ne Ulti. Ja doch. Ich glaub, hier unten kann sie an unsere Botlin-Turm vergreifen. Geht's noch? Komm ran. Und wir unterm Tower. Will er nicht? Hat er Angst vor der Drittpisten? Sehr viel auf dem Server? Blöd gelaufen! Okay, jetzt mach ich's doch. Puckin, whatever. Was denn? Geh jetzt in Mangos Stream an, dann will ich aussuchen, ob du den Elo angeben. Ihr glaubt, dass ich ihn anlüge. Ich will sehen, auf welchem Weg führt mich das. Das steht doch direkt unter deiner Nachricht. Du darfst einen aussuchen, welche Wahrheit auch immer dir lieber ist. John-Diff-Miggy ist Challenger 612 LP. Ja, wenn das da steht, dann muss das wahr sein. Ja, richtig. Come on, ihr Kinder. Die richtigen Elo hat meine Bots doch ganz schnell gelöscht. Äh, John von hinten. Mit Yumi und Morgana. Ja, ich hab Ulti, ich hab Ulti. Bleib zusammen, bleib zusammen, bleib zusammen. Nein. Mach das. Let's gooo. Das war ja so gut, ey. Alter, also unsere Botlin hat ja so geil die Backline gespielt, muss ich sagen. BG. Reicht mir, dann port ich back. Warum mach ich das? Ja, das freu ich mich auch! Aber dann frag ich mich auch oft selber. Warum bin ich so? Das ist das Leben eines Junglers, sich permanent selbst in Frage zu stellen. Geht's mir nicht. Äh, was? Geht's dir gut? Und die holt damit auch noch fast einen Kill, Alter. Krieg ich keine Props für, Alter, Leute. Was denn? Was denn? Was denn? Der Typ heißt unerreichbar. Äh, geht's dir gut? Oh, ja, die geht sehr gut. Tritt besten, sie rechnen auf dem Server bei drin. Ich sitz ja schon auf dem Alarm, ne? Ui, ui, hier hinten ist wer hinter uns. Okay. Hier hinten ist wer hinter uns. Stark. Alter, der Lee macht ja fucking viel Damage, das ist ja nicht mehr cool. Oh mein Gott. Ich hab ihn sogar geroutet, was soll das? Nein. Alter. Aber ich hab auch Flash! Okay. Aufgefressen! Und was genau ist denn Follower? Ah, zwei Autotecks, gut. Sehr schön! Wir können auch Topland einfach drauf. Na gut, na gut, na gut. Für die beiden in-Hip. Wir verlieren mindestens in-Hip. Ich hab auf Brückes Crawl jetzt vertraut. Let's go. Ist das gerade alles? Ja. War gut für uns. Pew, 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 pew. Oh boy, okay. Ah, wie scheiße. Ohohoho. Ich kann hier nur so aus der Entfernung ein bisschen poken. Ohoho, das bleibt mich die Jumi. Was soll die scheiße denn? Ich bin nicht da. Also ihr feiert unten zu vier, ne? Aber... Ohoho! Schade, schade. Haha. Er hat noch Flash-Up-Zucker. Ah, ja. Der Schwanz. Oh no. Oh no. Ich hab den nicht. Ich bin dran. Oh no 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 no. Oh Gott, ich hab Exhaust für dich. Ich bin auch noch hinter euch. Könnt ihr kommen? Ja? Ja. Wir haben den, wir haben den, wir beide haben den. Wir haben den nicht. Hä? Wir haben den. Äh, was passiert hier? Ich hab hier noch... Oh, die Olde ist so bad. Also nicht bad, sondern, sondern bad ass. Das meinte ich. Oh, das ist ein Penta-Kill. Oh, das ist ein Penta-Kill. Oh, das ist ein Penta-Kill. Let's go! Ich fahre einfach ein Penta-Kill aus nichts, ey. Was war das mit dem hinten? Habe ich geintet, weil ich wusste mal, Lina brauchst du mal ihre Bühne um zu scheinen. Oh, dankeschön. Hahaha. Oh mein Gott, ich bin so happy. Wow. Can you get lucky? Shut up! Fuck up! Das ist ein Bun. Ja, aber er hat recht. Hahaha. I used to think I was fine being lonely. But I'm not afraid this time. Oh. I don't wanna fly away. I don't wanna fly away. I don't wanna fly away. I see my eyes. I see my eyes. I see my eyes. I see my eyes.